Pänli Natascha Wieder am Fleur Philipp Sabrina Sali zusammen, ich wollte eigentlich gar kein Video machen. Keine Lust. Aber dann hat Natascha gemeint. Aber ich muss ja. Es ist eine schöne Stadt, es gibt sehr viel zu sehen. Und so gibt es jetzt einen Micro-Block. Das Erste, was ihr über Skopje wissen müsst, es hat hier extrem viele Statuen. Wie zum Beispiel hier oben der grosse Alexander. Statuen. 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 Noch mehr Statuen. Statuen. So, wenn ihr Fan sind von Statuen, kommen wir doch voll auf eure Kosten. Jojo, was geht Mann? Ciao. 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 Es scheint, wir haben den Hochzeitstag erwischt heute. Was gefällt euch am besten an Skopje? Die vielen Brüder, die wir heute gesehen haben. Aus gutem Wetter. Wir sind so doof. Jetzt gehen wir auf das Schiff da und nehmen wir das Gäuble. Wir sind so doof. Nicht schlecht, das Lokal. Und es hat sogar auch Zimmer. Ich will nicht Hotelzimmer hier haben. Ich verlinke es unten. Wirklich cool. Ich schaue da dann wahrscheinlich irgendwo dort unten raus. Was gibt es noch zu sagen über Skopje? Was gefällt dir eigentlich am besten hier? Nur die Welt. Sie haben das Statement schon gegeben. Das Essen ist super. Die Leute sind freundlich. Frische Luft. Jetzt gehen wir kurz nachts essen. Ich bin gerade am Meditieren vom Video. Und es ist das erste Mal, dass ich korrupte Dateien habe. Und zwar mit dem iOS 11 auf dem iPhone. Ich habe noch ein paar Selfieaufnahmen gemacht während des Nachtessen. Und natürlich auch ein schönes Auto. Das war alles korrupt. iOS 11 macht einige Probleme mit den Videos, Datenübertragung, Crashes von Apps. Schade. Na gut. Wir müssen jetzt noch den Vlog beenden. Machen wir wie immer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Tschau. Tschau. Tschau armour. Montags. Tschau.